Warnung! Baldi's Basics ist ein Horrorspiel! Tut mir leid, ich spreche nicht deine Sprache, Bro. Ähm... Kannst du bitte Deutsch reden oder so? Ich kann auch Englisch, ich kann auch ein bisschen Französisch, wenn's sein muss. Na gut, ich geb's auf. Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu Baldi's Basics Plus. Das ist das neue Baldi's Basics Spiel, was heute rausgekommen ist. Deswegen dachte ich mir, ich spiele das direkt mal. Ich hab noch nie ein Baldi's Spiel gezockt, tatsächlich. Also das ist mein erstes Mal mit Baldi. Und ich glaube, ich muss jetzt hier meinen Namen eingeben, ne, wenn ich das richtig verstanden hab. Mein Name ist natürlich Hanswurst. Spaß, mein Name ist Tuvix, wisst ihr doch. Das ist das Spiel. Gibt's hier Grafikeinstellungen? Hilfe. Also dieses Spiel war ja ziemlich lange in der Entwicklung. Und ich würd mal sagen, bei dieser Grafik hat sich das Warten definitiv gelohnt. Ja, moin. Der Entwickler sagt dazu, Baldi's Basics Plus ist wie Baldi's Basics. Aber mit Plus. Okay, wir fangen an. Alter, das ist ja richtige PS5-Grafik. Hi, kann ich irgendwas bei dir machen? Ich kann ihm nur in die Brustwarzen laufen. Alles andere geht wohl nicht. Was hast du da? Das ist so ein lilaner Pixel. Ist das der geheime Pixel auf Baldi's linken Arm? Okay, komm, Spaß beiseite. Wir müssen hier ja, glaube ich, Bücher sammeln, ne? Und ich hab Schuhe. Weiß nicht, was diese Schuhe machen und was die bringen. Ist jetzt Baldi immer noch da? Also ich muss mal eine Sache loswerden, ne? Als ich jung war... Oh Gott, das klingt, das wär ich jetzt irgendein Rentner. Als ich jung war. Nee, jetzt im Ernst. Damals sahen die Monster noch wirklich gruselig aus. Heutzutage schrecken sich die Kinder vor einem glatzköpfigen Mann mit grünem Pullover. Aber nun gut. Okay, ich hab jetzt schon das zweite Buch. Und so wie's aussieht, passiert noch nix. Also, guck mal, ich hab jetzt schon das dritte Buch. Oh. Habt ihr das gehört? Jetzt schlägt er mit seiner Peitsche. Was? Ähm. Ich muss zugeben, das ist grad ein bisschen creepy, tatsächlich. Oh. Hi. Ähm. Oh, 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 oh. Geh raus, geh raus. Das war ja doch ziemlich erschreckend gerade. Oh, hi. Du bist der Typ, der mir sagt, ich darf nicht im Gang rennen, ne? Ich bin nicht gerannt. Hier, das dritte, äh, das vierte Buch. Sei ruhig, bitte. Hier, fünf. Ich hab fünf, und jetzt? Ich dachte, bei fünf hat man gewonnen. Das ist ne Sackgasse. Baldi, ich hab Geld. Ich hab jede Menge Geld. Ich hab, ich hab Geld. Ich hab Geld. Ich hab Geld. Wuhu. Wie setz ich die Gegenstände ein? Das wurde mir nie erklärt. Hilfe. Der Lehrer mit dem großen Lineal verfolgt mich. Nein. Das ist ein blauer Schrank. Oh. Denkt ihr das hilft? Ich glaub, er weiss, dass ich hier drin bin. Er geht einfach nur hin und her. Aber den Schrank aufmachen willst du nicht. Und nachzugucken, ob ich da drin bin, ne? Du campst einfach. Du bist ein Assi, weißt du das? Irgendjemand hat gefurzt. Und jetzt hat's Nebel im ganzen Gebäude. Ich würd echt gern wissen, wie ich die Gegenstände einsetzen kann. Oh. Das hat ja gestern nicht so gut funktioniert. Baldi. Toller Lehrer, da er sehr gut hören kann. Ja, das macht einen tollen Lehrer auf jeden Fall aus. Was ist das hier? Das ist der Typ, der jeden mobbt. Das ist ne Socke. Warum klopft das sich jetzt schon mit dem Lineal auf den Arsch? Warum höre ich das jetzt schon? Hör doch auf damit, der Junge. Na, das hat er gehört. Oh, da bist du ja schon. Du fix. 13. Lacht, während er verfolgt wird. Ach, meine Ausdauer lädt sich nicht auf. Ja, natürlich. Das wusste ich. Und hier kann ich irgendwas... Ach, hier kann ich auffüllen. Also ich muss schon sagen, diese Grafik ist schon ein bisschen krebserregend, ne? Wahrscheinlich hat Baldi deswegen ne Glatze. Das war böse. Nee, ich bin wieder in einer Sackgasse. Warum gibt es Sackgassen in diesem Spiel? Und warum gibt es Gegenstände, die ich nicht einsetzen kann? Oh nein! Oh nein! Mama, der Mann mit dem großen Lineal hat mich wieder missbraucht. Ach so, mit Kuh benutzt man die Gegenstände. Junge, Katja Krasavitsch hat angerufen. Sie will ihre Schlauchbootlippen zurück. Macht das irgendwas? Oh. Das ist, glaube ich, nicht so schlau. Ich bin so lost. So, ich habe jetzt hier Schuhe. Wir setzen die ein. Krass. Wirklich, wirklich krass. Bruder, ich bin so... Hä, warum kommen da jetzt die Schuhe wieder geflogen? Was machen die? Okay. Schokoriegel wird wahrscheinlich dafür sein, dass ich meine Ausdauer... So, haben sie ein Problem? Pfff. 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 Guck dir mal seine Klauen an. Jetzt hat er sich die Scheiße mit Händen abgewischt. Gut. Was ist das? Pizza oder was? Ich weiß nicht mal, was ich hier sammle. Oh. Guckt euch das mal an. Das absolute Paradies. Kann ich da... Kann ich da nicht hoch? Ne, natürlich geht das nicht. Das Spiel darf ja nicht Spaß machen oder so. Pff. 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 Ähm, hallo? Jetzt kommt meine Spezialwaffe. Nein, es hat nicht funktioniert. Warte, meine andere Spezialwaffe. Oh. Ihr könnt ja mal, wenn ihr wollt, dass ich mich noch mehr mit dem Spiel beschäftige. Dann könnt ihr ja gerne Daumen hoch und ein Abo da lassen, sonst kommt diese kleine Mistkröte und... Ähm, bespuckt euch mit diesem Ding. Nein, 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 nein! Schnell, schnell! Hau ab, hau ab! Schuhe! Wuiiii! Energie! Lauf! Lauf, 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 lauf! Ha! Ha! Haha, nein, der kann Türen auftun. Ach, scheiße. Ey, du stehst im Tisch, du Versager. Das Spiel ist so komisch. Ich komm hier nicht mal raus, wisst ihr? Das ist das Geilste. Der Raum hier wurde so dumm gemacht, dass du hier nicht rauskommst. Ich bin zu fett. Wahrscheinlich wegen dem Schokoriegel, den ich vorher gegessen hab. Aber er kommt durch, oder was? Was soll ich denn tun? Was soll ich denn tun? Komm, wir testen mal das. Fahren. Ich will ja nicht immer nur das Gleiche zeigen, so. Was? Das ist ein Labyrinth. Ein Labyrinth mit dem Linealglatzkopf. Bei dieser Flagge ist das Ziel? Muss ich einfach nur ans Ziel kommen? Ja, hier vorne ist das Ziel. Das, das war's. Tolles Spiel. Und das ist... Ähm... Wir sind in einem Wald und wir müssen Holz sammeln. Wahrscheinlich für unser Feuer. Vielleicht sammeln wir auch Feuer, um äh... Baldi da mit Gepflegten über die Glatze zu ziehen. Gepflegt einen über seine ungepflegte Glatze zu ziehen, meinte ich. Sind das vielleicht so Level, die so nen Secret haben? Was? 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 Okay. Ey, das Spiel ist so komisch, ey. So, Leute. Jetzt testen wir mal den Endlos-Modus. Ich schätze mal, dort kann man einfach so viele Bücher sammeln, wie man möchte. Und dann hat man je nachdem halt eine Highscore, weil den anderen Modus schaffe ich irgendwie nicht. Ich bin zu blöd dafür. Das ist auch verdammt schwierig, weil alle paar Runden wechselt einfach die Map. Und dann muss man halt alles von vorne nochmal lernen. Ich weiß auch wirklich nicht, ob ich das weiterspielen soll. Mal schauen, wie das bei euch ankommt. Wisst du was? Wir schauen mal, ob ihr das feiert, ob ihr das weitersehen wollt. Die Abenteuer mit Doofix und dem einen Glatzkopf im grünen Pullover. Ich weiß halt auch nicht, ob es hier irgendwelche Secrets oder so gibt, die es zu entdecken gibt. Weil wenn das das ganze Spiel ist, dann... ja. Ich habe jetzt ein Buch gefunden. Ich wette, ich wette, ich schaffe... ähm... Ich glaube, ich schaffe drei. Drei Notebooks. Und hier ist eine Sackgasse. Okay, vielleicht schaffe ich auch gar keins mehr, wenn es hier einfach Sackgassen gibt. Ich sollte vielleicht vorher auf der Map gucken, bevor ich irgendwo hinrenne. Oh, du bist hier drin. Geh weg. Glatzköpfiger Mann. Ich hoffe, mich zu verfolgen. Du möchtest mich kriegen. Ich habe eine super Waffe. Eins. Oh mein Gott. So, wir versuchen jetzt das nochmal. Komm, ich will das schaffen. Es kann doch nicht sein, dass ich bei fünf Notebooks versage. Im Original sind es doch sieben oder acht. Das muss doch irgendwie möglich sein. Ich habe alle. Was muss ich jetzt tun? Muss ich zum Exit? Bitte keine Sackgasse. Bitte sei keine... Ach nee. Ach nee. Das einzige, was ich mir erklären könnte, ist, dass ich ganz einfach zum Lift zurück muss. Okay. Wir sind wieder hier. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Der Lift ist weg. Oh nee. Ich habe es geschafft. Ja. BB Plus ist meine Note. Steht das für Balloon Boy? Achso, nee. Für Baldi's Basics, ne? Okay. Wow. Ich habe es geschafft, Leute. Ich habe was in diesem Spiel geschafft. Jetzt haben wir diese super neue Bibliothek, die richtig geil aussieht. Ey, ich habe genug davon jetzt. Das Spiel ist auf jeden Fall stressig. Jetzt aber nicht wirklich gruselig, würde ich jetzt mal sagen. Wenn ihr wollt, dass ich das weiterspiele, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Da kommt ihr Links zu meinem neuesten Video. Und rechts kommt ihr zu Baldi... Ups. Kommt ihr zu Baldi in Gmod. Und in der Mitte könnt ihr abonnieren, bla bla bla. Da sehen wir uns nicht beim nächsten Mal. Tschüss.